Hallo und herzlich willkommen zu Subway, er hat gerade schon seine Einleitung gemacht, aber ich habe das nicht aufgenommen, weil ich einfach viel zu schlechte Reaktionen habe und mein FPS-Taktion fand ich auch wirklich cool. Ja und ich habe jetzt einfach Freddy's Ding benutzt, weil ich viel zu faul bin, um meine eigene Einleitung zu machen. Wir spielen jetzt auf diesem Server... Greens Dedicated, oder? Greens... Ja genau, mit drei Spielern, okay, ich versuche gerade irgendwie, ich bin nicht drin. Kishi lädt hoch und Yannick haben so ein scheiß Internet. Ja genau, ich lasse auch hoch. Nein, er lädt währenddessen gerade noch hoch. Ja, ich lade, ja. Achso, okay, ja, ich, äh, nicht. Ich lade gerade drei mal hoch. Ich glaube, ich währenddessen hochlande... Äh... Ich habe eine Waffe, nein, ich will eine Waffe, ich will was, wenn ich... Spiel, start. Okay, okay, äh, ich habe jetzt auch... Alter, mir ist gestern was Lustiges passiert. Ich wollte gestern was hochladen und dann sagt der, du hast 15 Videos hochgeladen und du kannst jetzt ohne Ende hochladen, ohne Zeitbeschränkung. Das heißt, wir laden jetzt einfach hoch, wie lange wir lustig sind. Ja, das habe ich auch gemacht. Klar, na. Ich habe auch schon... Ja, aber ich habe inzwischen 20 Videos oben oder so. Und das hätte es gekriegt. Oh, okay. Seid ihr drin? Ja, ich glaube, ihr Spiel starten. Bei wem seid ihr? Ich bin mal Lila. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist so laut und ich habe keine Ahnung von irgendwas. Und das lag aufs Übertrieb. Alter. Alter, was ist das? Oh, ich bin an Amore, es ist die Nation. Oh, das Licht. Das ist ein bisschen. Ah, ah, fuck you all. Oh, ich bin ein Kishi da. Hör mal Kishi. Äh, wie wechsle ich meine Waffen nochmal? So. USP Tactical. Ich glaube, ich mache das Spiel noch, um sie zu leisen. Ich bin nicht gerade auf den Tisch draufgekriegt. Nein, ich kann... Nein, nein. Wieso bin ich nicht in deinem Team? Du hast irgendeine komische Schutzschild. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Das macht mir Angst. So, steuern und drücken. Ihr könnt gerne weiter aufnehmen, ich muss jetzt... Was, ich kann jetzt report report direkt. Erstmal, Krotterlatt, erst. Krotterlatt, ich mache kurz das Spiel. Immer weiter auf, ich muss erst mal ein paar Programme beenden. Ja, okay, mach das. Ich habe durchgehend 30 FPS, mir geht's gut. Und das obwohl ich mein Fallfachs auch noch. 30 FPS, mir geht's nicht gut. Ich hätte auch durchgehebend 30 FPS, aber es hat ein bisschen gesackt. Wie kann man das scheiß Team wechseln? So, ich bin noch in den Pack. Wo ich nehme mir noch auf. Na, ich will auch so ein bisschen. Kann man nicht irgendwo Team wechseln? Oh. Ich will Team wechseln. Oh, oh, oh. Ich will Team wechseln. Ich kann mir nicht hören, ich bin verwirrt. Was zu, das sind irgendwelche Romerchen. Ah, was ist das? Ich habe so keine Ahnung, wo ich in diesem Spiel bin. Ihr seid beide im Team Liderin, ich bin im Team Gelb. Ich fühl mich vollgefickt. Okay, Freddy? Ja, wir machen es halt. Das habe ich nicht gemacht. Okay, jetzt läuft alles wieder gut. Ich bin wieder da, ich glaube, das war ein Messer. Ah, er hat mich gefickt. Freddy, bitte. Mehr oder weniger. Oh, man kann sich gar nicht mehr aufhören. Hey, Freddy, komm her, komm her. Hinter dir, ich, ich, was? Guck dir mal den Kerl im Auto an. Bin im Laden? Wow, bin im fucking Laden. You son of a fucking bitch. Hilfe, 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 Hilfe. Wenn man Kishi töte, ist man der erste Player der Welt. Oh, den. Oh, ich bin Laden. Das meint du mir. So, voll, verdammt. Ich habe mal, ich habe alle. Ja, ich bin vorgelegt. Ich glaube, ich nehme mal die. Freddy, komm, kein Campen. Nicht die on a base campen. Das ist mal witzig. Das ist aber nur. Das war doch so wie so am Anfang. Das fällt der und durchdringlich. Das geht der Fort-by-Fly. Oder halt auch. Ich habe hier keine Munition mehr für meine Hoffnung. Waffe. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott, ich muss mich ja selber skillen. Ich kriege jetzt erst mal eine SMS mit einem Let's Play. Kishi cheater, Kishi cheater, Hilfe. Ich cheater. Ich cheater in einem Spiel, von dem ich keine Ahnung habe. Oh, ich bin tatsächlich recht tot. Trotzdem lau ich vor. Just a practice, OMG. Erstmal Kautzer da, darauf essen. Leck gerade wieder. Ich habe mich hier gerade festgelegt. Ich kann, nein, nein. Das ist leicht scheiße, gerade. Kishi, what are you? Hello and Kishi, stopp. No, fuck you. No, ich sterbe. Go, rückwächtig. Freddy, ich komme dir zu Hilfe. Ich sehe dich nicht. Tot. Auf der Karte. Du bist so. Ich habe noch 4 AP. Ich bin gleich tot. Ich habe dich immerhin fast getötet. Ich habe mich getötet. Ja, er hat mich getötet. Hieh dich. Rechtsklick. Hohle Schnitzel. Wie rechtsklick. Ich hiel mich auf Rechtsklick. Ich muss mich erst mal skillen. Ich habe irgendwelche komischen Kreise. Weil ich kann nur für mich diese Fähigkeiten mal. Was kill ich mal? Ich spiele Regeneration. Ich kann da lernen. Fuck ich. Einfunde. Na ja. Gotcha. Also, ich habe Raid gemacht und Kishi macht mich eiskalt weg. Ich mache mich eiskalt, ja? Ich meine, ich mache mich eiskalt, aber ich mache die Shit weg. Ich habe mich eiskalt weg. Ich bin nach oben. Oh, Slender. Die Skater. Äh, aber diese Mamm ist so verwirrend. Ich will es, wo ich sage. Was ist jetzt passiert? Hier drin ist gerade die. Stee übrigens vor dir. Was? Stee vor dir. Ich glaube, ich werde. Ja. Ich glaub mir so ein bisschen... Oh my god! Bauer! Raidsort hat mich getötet. Die Spuchtel. Ich will mich hielen. Ich weiß nicht, wie man sich hielt. Oh, doch weiß ich. Rechtsklick geht bei mir drauf. Wow! Ich hab noch keine Ahnung, was ich spielen soll. Gotcha! Oh fuck! Ich hab das Rev 6 gemacht. Ich hab mich unsichtbar gemacht. Ist das gut? Ja, das ist... Alter! Ich würde ja sehr, sehr gerne mal irgendwie so land. Ne? Ich würde sehr gerne mal das Team wechseln. Ja, warum nicht alle irgendwas? Ich lag ja so ein bisschen. Freddy, ich mag die MP3. Was zu Spike, Trap. Ich will Dash haben. Dash mag ich auch n' LOL. Fuck! Ich schwör dir! Ja. Ich hab' dich gefickt, oder nicht? Ich hab' meinen Dash Plus 1 gemacht. Was heißt das? Scheiße, ich hab' irgendwas falsch gemacht. Wie kaufe ich nochmal was? Hallo? Ah, fuck! Ah, da. Freddy, dass du's falsch gemacht hast, siehst du schon allein daran, dass du dieses Spiel das placed hast. Oh. Da hat er schon recht. Schon irgendwie, ne? Ja. Ich hab' das irgendwie mal... Also ich weiß nicht... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab' keine Lust drauf. Ich hab' keine Lust drauf. Ich hab' Angst. Brauche ich nicht. Ich mein' wofür kann man hier springen, das ist doch komplett unnötig. Ich hab' das ein Kumpel. Ich hab' das ein Kumpel. Ich hab' das mal so'n bisschen den Reporter. Ah, fuck! Ich hab' mich einfach verarscht, man hat eine Rüstung Zurichdringung. Moment mal, hab' ich dich bei dir schon wieder. Ich hab' diese Scheiß nicht drin. Oh. Oh. Ich hab' das auch nicht gesorgt. Oh. Ich hab' das auch nicht gesorgt. Oh. Ich glaub' ich hab' schon so ne Ahnung, wo ihr seid. Ja, ich steh' neben dir. Was ist jetzt? Hab' ich falsch... Ah, fucking falsch das gedrückt. Oh. Naja, passiert. Hab' ich gehört. Ich hab' mich verarscht. Ich hab' mich einfach gemessert. Boah, das ist ein Knifekill. Ey, da oben ist auch noch einer. Da in dem Zwischenraum. Ich weiß. Ich folg' Kirchi. Okay. Hey, wir haben sie beide getötet. Außer Kirchi. Ja. Ich werde sterben. Willst du mich einfach... Was zur Hölle? Wieso tötest du mich immer? Wieso tötest du mich immer? Wieso tötest du mich immer? Ich kriege mich ein Kind, Alter. Kirchi, ich bin fast tot. Alter, ich bin fast tot. Ein Hext. Kirchi Hext. Fuckin Hecker. Okay. Kick ihn. Naja, ich hab' einfach gutes Internet, weißt du? Freddy, wie geht das an? So. Ich hab' ja doch... Man drückt auch mal drauf, dann fliegt ihr durch den Wind. Das ist Kalender getötet. Oh mein Gott, was zur Hölle macht ihr da? Was kommt? Oh, ich bin tot. So fucking Hölle war das. Scheiße. Scheiße. Wir werden stecken. Alter. Oh mein Gott. Nein, er ist blind. Was ist... Der ist unter mir, er ist unter mir. Der ist unter mir, er ist unter mir. Was ist mein, hier ist keiner. Ich hab' mich gerade getötet. Alter. Flashlightbengar hier. I joined the game. Hallo Binlan. Ah, fuck, fuck, fuck. Dann kommt wieder Kirchi, Alter. Alter, was denn, was denn, was denn? Kill. Kill. Report Kirchi for KS. Trinken. Kraut? Oder... Ach, so. Das kenn ich mir jetzt einmal. Aha, alter, die Pillenbeck sind übertrieben, gell? Du musst einfach nur den, die Gegnern zu nah kommen, dann sind sie auch tot. Freddy. Mhm. Ich hab nur noch ne Pistole. Ich fall einfach nur noch rum. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kill. Kill. Todeschnitzel. Keil. Ich bin hier gerade irgendwie voll Kill-Zieler. Okay, ähm. Let's fail. So. Ah, Freddy. Ich hab's noch Freddy da. Freddy, ich spei's mal ein bisschen. Auf Waffen. Ich bin hier wieder Assassin und schleiche mich einfach rein. Und mach mir erst mal diese, ah, diese coolen Leges dann. Okay, will ich mich nicht verarschen, wie ist es, wieso kann ich mich töten? Äh, weil ich gut bin. Nein, du hext einfach. Oh, fuck. Das war, das war ich mit meiner Reaktion. Ich hab' ich in GTA gespielt. Oh, er ist gut. Woah. Scheiße. Freddy, sie hat mich tot gemalt. Was die töten? Oh, komm. Wo bist du? Wenn ich das wüsste. Ja, ich weiß, wo du bist. Du bist, äh, neben. Ihr redet alle so miteinander und ich, ich, ich chill hier rum. Und ich höre euch einfach mal wieder. Rauchst du eine Atombombe weiter. Ich mag Atombomben. Er killt. Ich hab Ben Laden in seinem Auto getwittert. Fuck, fuck. Okay, ich bin echt asozial. Ich kill einfach alle mit diesen Sternen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, du moin. mein, ich hab einfach hier verstanden. Du gehst nie drauf. Und du überlegst, du übertrieben viel. Und du killst uns mit zwei Schuss. Hab mich wohl gut gescalled. Aber es sind nicht nur zwei Schuss, die ich auf dich abgib. Ich schieß die Welt jetzt in euch rein, wenn ich so bezahlreich ist. Alter, Freddy, wir gehen gut zusammen vor, komm, weiter. Ganz schön, mit der Automaten. Nein, fehlend, aber ich... Freddy hat bald genug Geld. Also, das Spiel braucht sich schon ganz gut. Wow, ne? Der eine Typ ist einfach explodiert. Also, er ist einfach clear. Ich weiß nicht, er ist einfach explodiert. Oh, hallo. Okay. Ich meine, es wäre erst, dass ich mich da fischte, ich kalt. Ich habe ihn auch vergiftet vorher. Fick. Ach, Gott. Ich habe mich vergiftet. Er hat mich... Bin laden, left the game. Ah, fuck. Damn. Der left das Game ziemlich oft. Ja, ich glaube, ich weiß, warum. Bin laden und so, left the game. Könnte man jetzt mal schlecht machen. Oh, ja, das könnte man. Alter, was soll das? Diese machen ja halt hier mehr Schaden als Ecke. Ich glaube, left game ist der Bruder... Ich kann mich übrigens unsichtbar machen. Ich glaube, left game ist der Bruder von left boy. Ja, mit zwei kannst du unsichtbar machen. Alter, die verfolge ich jetzt nicht. Ich kann mich mit drei unsichtbar machen. Ich kann mich... kann mich unsichtbar machen. Ich habe das nicht gespielt bei mir. Finde ich auch relativ unnötig. Du bist so schnell als ich. Fuck you. Fuck you. Ah, fuck me. Hallo? Hallo? Das war blöd zum Problem. Ah, fuck you, fuck you, fuck you. Oh man. Ich rede viel zu wenig. Ich sollte mehr Blödsinn reden. Habe ich so das Gefühl. Was ist denn das da? Das ist scheiße. Joa, das kann natürlich in der Tat sein. Trautalat ist cool. Ich habe keine Ahnung, wie kann man hier Waffen kaufen? Welche Taste? Auf B. B. Du hast ja schon ganz viel Waffen gekauft. Ja, aber das war nur dieses automatische Menü, das immer aufgeht, wenn man... Ja. Da ist. Auf B kannst du dir Waffen kaufen, auf V-Autos. V-A-Oh, geil. Okay. Danke für die Info. V. Bitte. Autos... Ui. Geile Scheiße. Das ist so unnötig, dass ich es liebe. Alter. Ich hasse es. Ich bin in ein Auto. Oh, ich habe einen Komplang gefahren. Alles ist abgestürzt, ey. Was hat gestürzt? Ich kann mein Computer so ein bisschen. Ich kann gerade gar nichts machen. Oh, passiert. Total geht wieder. Okay, okay, okay. Pass, meine Gestorben. Ja, die Aufnahme läuft sogar noch. Das heißt, meine... Äh, zwei Abonnenten und drei Zuschauer sehen jetzt... Ja. Ich will... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt sehen wir noch, wer online kommt. Alter. Ihr was könnt... Nein, ich will jetzt... Ich will auf. Abbrechen. Ich will kein Effekt hier einbauen, ich will weiter zurück. Ich will richtig verabschieden. Ja, das kann nicht trocken. Da kann ich nicht trocken. Da kann ich auch mal richtig verabschieden. Ja. Bitte? Ja, bitte? Ich bin jetzt auf diesem Screenfall. Ich habe mich durch die Wand gezählt, der Heck auf jeden Fall. Nein, ich habe dich nicht durch die Wand getötet. Ich habe dich aus dem Auto rausgetötet. Ja, aber da war eine Wand vor. Scheiße. Dammit, Scheiße. Das war Drei-Hack-Aussteigen, hatte ich geklaut. Ich glaube, das werde ich rausschneiden. Oh, ich bin gestorben. Spielbeitritt. Fuck, ich bin rausgeflogen. Oh, shit happens. Weil bis wieder hier drin. Okay. Ich bin wieder drin. Und ich bin wieder bei, äh, Lilla. Lilla. Und es lag, wenn es schon. Aber nicht schlimm. Hab ihn eigentlich gefickt. Oh, mein Gott. Ah ja, und der hat mich zerstört. Ja, zum Glück wurde ich gerecht. Ich habe keine Lust mehr Waffen zu holen. Jo, ich hole mir jetzt mal wieder eine Waffe. Ich weiß nicht mehr, was das für eine war. G, F, ready? Wieso ändert sich eigentlich die Belichtung der Map immer wieder? Belichtung, genau. Licht an, Licht aus? Ja, warum? Wir machen ja den ganzen Scheiß immer aus und an und aus und an. Ups. Keir cheatert auf jeden Fall. Aber ich habe einfach eine gute Waffen. Jetzt das ein Scheiß-Base-Poker. Nee, gar nicht. Okay. Los, komm, wir stürzen jetzt. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein Ninja. Keir cheatert auf jeden Fall. 100%ig, Alter. Er hat mich getötet, obwohl ich unsichtbar war. Ich habe dich gesehen. Also, offenbar funktioniert unsichtbar nicht. Also, zumindest nicht immer. Oh, es ist dunkel. Wow. Ich sehe dich. Oh, fuck. Scheiße. Scheiße. Ich hätte schon... Es ist sie nicht. Ah, Geld essen. Oh. Ja, meine vier Punkte sind annehmbar. Ach, ich habe kein Geld mehr. Schöne? Ja, ich chill irgendwo anders. Ich habe vier neue Punkte. Cool, das kann ich erst mal irgendwas. Was macht der schon überhaupt? Ich bin froh. Ähm. Oh. Ich mache mal zwei Punkte. Kishi, hör auf. Nein. Wie sollt' ich? Hex, komm wieder. Ich habe ihn gesehen. Erzähl ich aber nicht mehr. Ich werde, als kommt er gleich so von hinten und tötet mich. Oh Gott. Ich habe dich gesehen. Hex. Hex. Ich habe dich gesehen. Du warst nicht ganz unsichtbar. Hat offenbar gerade nachgelassen oder so ein Scheiß. Gute. Ich habe mich gerade gestürt. Auf einmal kommt Kishi und Eck und tötet mich. Oh, ich habe ihn getötet. Es dauert halt vier Sekunden, bis man unsicht bürst. Wow, 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 wow. Ich bin geflashbankt. Habe ich dich gewischt? Was bist du nicht blind? Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe blind geschossen. Ich habe nur noch die Maus um ein bisschen nach oben und unten bewegt, damit ich quer über die ganze Straße schieße. Hat es nicht funktioniert? Bestätigen. Bestatigern. Bist du mich nicht verarschen? Ja. Gerne. Hier will ich jetzt drei Punkte raufpacken. Oh, nein, ich stimme jetzt nicht die Base. Das ist nicht so ehrenvoll. Bist du bei uns? Nein, ich bin nicht bei euch in der Base. Drei Punkte auf das. Wieso geht das nicht? Weil ich mir ein bisschen Zigaretten anzunehmen. Oh mein Gott. Mann, Edson. Kirchen kommt von hinten, ey. Ja, komm, wenn du mir vorbeigehst, das erwartest du. Fuck. Es ist wieder dunkel geworden. Ich hab Angst. Ich bin ein bisschen Hacker. Ist das scheiß Basecamper? Nein, kann ich doch nicht was dafür, dass meine scheiß Teamkameraden die Scheiße machen? Kann ich auch nicht dafür. Wieso kann ich mich nicht mehr skillen? Was soll das? Ja. Ich zünde uns die Zigaretten an. 100 Fähigkeitspunkte übrig. Fake, es gibt keine Fähigkeitspunkte. Fake, alles fucking fake. Ich werde auch gleich mal gucken, ob ich fake und wie ruhig hab. Ich bin so glücklich mit meiner Wachstin. Stirb's überhaupt nicht, Alter. Ich hab tatsächlich relativ viel Leben. Ich hab keine Fähigkeit darüber. Dann pack ich hier drei wieder rein. Oh, es geht wieder. Okay, jetzt habe ich eine Generation, pack ich. Ich muss mich danach auch noch skillen, aber jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich sterbe. Und Visibility pack ich mal. Hey, was wirst du? Ich werde Assassiner. Okay, ich werde so ein bisschen der, äh, der Mitstieler. Ich chill hier einfach nur rum. Da flüchtet jemand, dass ich mehr... ...unter Leute. Fluchtest du vor denen? Skander. Ich stirr's auch wenig. Skander erinnert mich an Alexander. Woher weiß ich nicht, wie du heißt? Was? Woher weiß der, wie du heißt? Wer, was, wo? Hä? Hast du nicht gerade gesagt, du nennst Alexander? Nein, nein, ich hab gesagt, da ist einer, der heißt Skander. Ach so, okay. Was, willst du, wie das geht? Die ganze Zeit, das ist... Weiß? Ich kann nicht machen. Ich hab, ich hab vier Fähigkeitspunkte übrig, aber kann sie nicht machen. Wisst ihr, wir haben nur noch zwei Minuten zu spielen, vielleicht sind wir mal losgehen. Nicht um das machen. Nur meine Abonnenten, das hier ist hier. Weil ich nicht versuche, was zu skillen. Ja, das habe ich auch gerade eben gedacht. Bis kommen. Ähm. Und wenn Kirch nicht so viel hacken würde, dann würden wir auch mehr zocken. Hacken gar nicht. Ich skille nicht mal hoch. Ich kann immer mehr spielen. Ich glaube, ich muss das beide mal nachführen. Ich bin zu toter schocken. Aber ich hab dich so, es hilft überhaupt nicht. Der ist da, der ist da, Achtung vor dir. Das wo? Kommt auch schon ab. Okay, das ist ein fettes. Okay, das ist ein fettes. Okay, das ist ein fettes. Wow. Willst du mich nicht verarschen? Ich frag mich, wie ich so, ich so oft töte. Du hast einfach Hacks an. Oh! Was zur Hölle, wo kommst du plötzlich her? Ich mein, jetzt mal ernsthaft, ich hab gleiche Waffe an wie er und er stirbt einfach nicht. Guck dir an, ich bin zehn Minuten neben ihm drin. Ah, fuck. Freddy, halt du ihn mal da irgendwie am Laufen. Ich werf ne Granate. Er ist tot. Ja. Gut. Weil ich nachgeladen hab und dann kam plötzlich Freddy ins Spiel. Komm, jetzt machen wir Basecampen. Wir können abschalten. Komm, können wir hier genau rein. Fuck, 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 fuck. Phew. Komm. Fuck. Ich hab dich getötet mit der Pistole. LOL. LOL. So, wie konnte man Punkte auf N? Nein, ich glaube, ich höre Schüsse, deswegen. Wo zur Hölle ist hier jemand unsichtbares in unserer fucking Base? Oh, da oben ist ein der Fischi. Ich hab dich gesehen. Was machst du da? Anni wird nicht mehr werden, du. Ja, komm, fahr rein. Los, komm, komm, komm. Alter, witzig, geh ich verarschen. Boah, scheiße, grad mit meinem Lesbogen. Ist so viel ne Hexer hat er. Oh mein Gott, ich dachte ich müsste sterben. Dich, du bist ein Noob. Okay, ich bin ein Noob. Hier kann man keine 20.000 haben. Ich hab grad drei Leute hintereinander getötet. Ich bin so fucking stolz auf mich. Ich hab ne fucking Minigun gefunden. Mehr Punkte, da ist Freddy sogar. Ich töte mal Razor, wenn er grad nichts macht. Ja, kannst du machen. Das ist voll asozial zu mir. Ja, das geht schon, klar. Ist das schon wieder er? Oh, ich hab nicht das schlechtes. Alter, Kirsch ist übertriebener Killer mit 39 zu 16. Hihi. Ich bin tatsächlich ziemlich gut. Druck ist aber. Ich bin dauernd raus. Kirsch, die ge... Wow, ich hab die Runde gewonnen und das ist das erste, was ich dieses Scheißspiel gespielt habe. Ich bin so fucking stolz auf mich. Na scheiße, ich hab nur fünf Kills, weil ich einmal rausgeflogen bin. Ist auch schön. Okay, wollen wir noch ne Runde machen oder erst mal Pause? Erstmal Pause. Okay. Okay. Ich bin der King immer müde, der Ace. Der King ist viel cooler als Ace. Warte mal, ich bin gar nichts geworden. Auch schön. Ne, ist auch... Ich bin... Moment, ich bin Ace. Das ist 50%. Ja. Genauigkeit. Und ich hab das meiste Geld verdient. Ich bin Ace, Slayer, Most Kills, Various, Biggest Kills. Killstreak und Best KD, Assassin. Ich bin der fucking Assassin. Wie in dem Track. Ich bin gar nichts, weil ich zwischendurch einmal rausgeflogen bin. Ich hab schon falsch geschrieben. Hä? Der Clan wird der highest average score per minute. Maskulin, kein Wunder. Wir sind der bestes Clan. Wir sind absolut. Ja. Wir sind der beste Clan. Okay. Ähm. An dieser Stelle erstmal tschüss. Schön da noch. Leute, ich liebe euch. Ich liebe euch auch. Keine Macht. Genau, äh doch, eigentlich schon. Nein. Und ich weiß nicht, wie ich bei, ähm, Camp Dacia beendere. Also, wenn ich einfach im Screen... Wir nehmen 24 Minuten auf. Oh, geil. Okay. Hau Uste. Hau Drei, Leute. Tschüss. Hau Uste.